Schönen Abend bei Radio Burgl & Extra. Mein Name ist Silvia Freudenspung-Schöll und ich begleite Sie heute durch die Sendung. Vor einigen Wochen ist der Film La Femme C'est Moi fertiggestellt worden. Es ist ein ganz spezieller Film, ein sehr poetischer Film, eine Liebeserklärung. Elisabeth Kuhlmann, Sie haben vor zwei Jahren Ihren Abschied gegeben von der Bühne und haben aber noch Ihr letztes Programm, Ihr Erfolgsprogramm La Femme C'est Moi festgehalten auf Film. Wie ist diese Idee zu diesem Film entstanden? Dieses Bühnenprogramm, das wir fünf Jahre lang auf den Bühnen der Welt sehr erfolgreich gespielt haben. Wir waren in München, in Tokio, dreimal in Wien, in der Wiener Staatsoper und im Theater an der Wien und an vielen anderen Orten. Das war so ein wunderschönes Erlebnis für uns Musiker und auch für das Publikum. Alle haben immer leuchtende Augen davon bekommen, dass wir für uns gesagt haben, wir wollen dieses Momentum, diesen Zauber dieser Bühnenshow in irgendeiner Form festhalten. Und ich wusste, ich trete von der Bühne ab, wenn ich das machen will, dann muss ich es rechtzeitig machen, dann muss ich es jetzt machen. Und es war dann wirklich eine wunderbare Gelegenheit. Es war im Jahr 2020 im November in der Zeit des zweiten Lockdowns. Alle Musiker hatten Zeit und alle Musiker hatten Bock. Und da haben wir gesagt, so, jetzt ergreifen wir die Gelegenheit beim Schopf. Wir suchen uns einen Filmemacher und gehen nach Reiding in den Konzertsaal und nehmen das Ding auf. Und von dieser mehr oder weniger spontanen Idee ist dann wirklich nach drei Jahren jetzt endlich das Baby geboren. La Femme Simone, eine Liebeserklärung. Der Film ist jetzt, dank Nicolas Lappers, der neben mir sitzt, endlich auf der Welt. Herr Lappers, wie sind Sie zu Elisabeth Kullmann gekommen, dass ihr gemeinsam diesen Film gemacht habt? Habt ihr euch vorher schon gekannt oder war das eine spontane Zufälligkeit? Nein, wir haben es nicht gekannt. Es war gerade der Lockdown. Ich weiß nicht, wie viel der Lockdown das war. War es der erste? Der zweite. Der zweite. Ich kannte den genialen Joe Tysing von einer Produktion und der hat mich da empfohlen, glaube ich. Der Joe Tysing hat die Arrangements gemacht von dieser wunderbaren Musikcollage. Genau. Und ich glaube, Percussion hat er auch gemacht. Genau. Der hat zuerst sogar noch Bratschi gespielt und ist dann umgestiegen auf die Percussion und ist immer bei dem Projekt dabei geblieben. Auf jeden Fall war es so. Ich habe mich sehr gefreut auf diesen Lockdown damals eigentlich. Das war die erste Möglichkeit bei dem ganzen Stress, den die Produktionen und so mit sich gebraucht hat. Ähnlich mal Ruhe. Und dann läutet das Telefon und Frau Silbermann war da dran und das Büro Kullmann. Sie möchten ein Konzert filmen. Habe ich da nicht Zeit, aber mir nichts dabei gedacht. Ja, na gut. Dann haben wir uns einen Zoom-Termin ausgemacht und das war dann schon der erste Termin, wo ich ein bisschen gewusst habe, in welche Richtung geht das Ganze. So wirklich haben wir es nicht gewusst. Das hat sich dann erst im Laufe der Produktion ergeben. Aber so war die Anfrage und damit war es dann mit der Ruhe vorbei. Eigentlich eine schöne Unterbrechung der Ruhezeit, würde ich sagen, wenn ich jetzt den Film schon sehen durfte. Ich durfte ihn ja schon sehen und er ist wirklich wunderschön geworden. Danke. Diese Liebeserklärung, war das ein schwieriger Prozess jetzt, die Dreharbeiten, die Musiker unter einen Hut zu bringen? Wie habt ihr das geschafft? Das war ganz easy, eben weil Lockdown war, hatten alle Zeit und alle Bock, weil wir waren ja als Musiker ausgehungert. Es gab keine Auftrittsmöglichkeiten damals. Man hat das ja fast vergessen jetzt, aber man muss sich zurückversetzen in diese Zeit, wo es wirklich schwer war, weil die ganzen Kulturbetriebe wurden wirklich zugesperrt. Im Gegensatz zu den Kirchen zum Beispiel war ja für die Musiker wirklich der Nährboden, der seelische Nährboden und der finanzielle Nährboden völlig entzogen. Und alle waren glücklich, dass wir jetzt die Chance haben, auch wieder zu spielen. Und das war easy, das war wirklich leicht. Und wir haben innerhalb von zweieinhalb Tagen, was extrem eine kurze Zeit ist, es geschafft, das ganze Programm, das wir auf der Bühne natürlich oft gespielt haben und Intus hatten, aufzunehmen. Also fast das ganze Programm haben wir geschafft. Das war der leichte Teil. Dann kam die Schwerarbeit. Mit diesem Filmmaterial dann ein eigenes Werk zu schaffen, weil es war die Bühnenshow, die super funktioniert hat, die die Menschen und wir geliebt haben. Aber das dann zu übersetzen in ein neues Medium, das Medium Film und dass dieser Film dann die gleichen oder ähnliche oder noch mehr andere Emotionen hervorruft als die Bühnenshow, das war natürlich jetzt dann das nächste Kunststück. Und das hat auch wirklich einen längeren Prozess gebraucht, auch bei mir, weil ich lange nicht wusste, wie kann ich das übersetzen. Und dann kam mir relativ spät, und deswegen hat es vielleicht auch so lange gedauert, der Schlüssel, wie kann ich ein abgefilmtes Konzert übersetzen in was Neues, mit einer eigenen Botschaft. Und dann kam die Liebeserklärung dazu, weil für mich war es so wichtig, dass ich meinen Musikern, jetzt in allererster Linie meinen Musikern und meinem Publikum Danke sage, dass ich ihnen die Wertschätzung zeige. Weil viele waren natürlich sehr traurig, dass ich mich von der Bühne verabschieden würde. Und ich wollte ihnen etwas mitgeben. Ich will der Welt, die mich geschätzt hat als Sängerin, etwas Besonderes schenken. Und da habe ich den Schlüssel eben über diese Liebeserklärung gefunden, dass ich, ich wollte diesen Film wie etwas ganz was Kostbares, Heiliges, Besonderes machen und wie ein wunderschönes Geschenk der Welt übergeben. Und wie geht das anders als mit ganz viel Liebe und Leidenschaft und Hingabe. Und Nikolaus hat das sofort verstanden und hat, glaube ich, das kannst du dann mehr dazu sagen, aber ganz ähnliche Ideen, wie er seine Filme macht. Und da haben wir uns einfach ideal ergänzt. Jetzt sind wir schon beim Schnitt, ne? Genau. Wir können nochmal zurückspringen natürlich zu den Dreharbeiten. Jetzt, wenn man sich den fertigen Film ansieht, also ich, die ihn jetzt gesehen hat, ich hatte das Gefühl, es hat wahrscheinlich sehr genau nach Drehbuch funktioniert. Täusche ich mich oder habe ich recht? Das ist interessant, dass Sie das sagen. Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Also es gab kein Drehbuch, weil ich bekam den Anruf, dann hatte ich nicht mal eine Woche Zeit. Ich habe das Auto vollgepackt bis in den letzten Quadratmillimeter, habe alles mitgenommen, was irgendwie brauchbar wäre, von Schienen, Dollys, also alles, was irgendwie greifbar war in der kurzen Zeit. Und dann haben wir uns dort getroffen. Wir waren uns allesamt extremst sympathisch. Die Stimmung war gut. Also die Musiker waren super nett und total engagiert und enthusiastisch. Ja, wir haben uns einfach von der Location überraschen lassen, von uns selbst. Also ihr habt natürlich das Programm gehabt, aber ich hatte keinen Plan. Ich habe gesagt, ich bin jetzt da beobachtet, ich schaue mir das jetzt an, ich fahre das mit. Also ich habe natürlich schon ein bisschen mitgesprochen, was jetzt Licht und so weiter angeht, aber vom Ablauf her gab es absolut keine Richtlinie, also kein Drehbuch. Das heißt, sie waren sehr spontan und auch die Musikerinnen und Musiker und die Frau Kuhlmann, alle waren spontan und haben versucht, ein wunderbares Werk zu schaffen. Ja, wir haben uns da zweieinhalb Tage eingesperrt, quasi in Riding. Du sagst immer Pfad findet Lager, das trifft eigentlich ganz gut. Und es war natürlich schon ein stressiger Dreh, weil es gab kaum Pausen, also es ist wirklich durchgegangen den ganzen Tag. Für eine Sache, die ich wahrscheinlich so auf sieben, acht Drehtage verteilt hätte, hatten wir genau zweieinhalb Tage Zeit, inklusive Daten sichern und so weiter. Also kein Schlaf, also ich bin, glaube ich, zwei Stunden geschlafen dann, nach jedem Drehtag, irgendwie, wo das geht. Also wenn man so in einem Run ist, dann braucht man den Schlaf gar nicht. Also danach dann habe ich dann, glaube ich, 14 Stunden durchgeschlafen. Und das hat sich entwickelt. Also im Dreh hat sich die Geschichte eigentlich erst entwickelt. Wir haben gesagt, lassen wir uns einfach überraschen. Und so ging es dann im Schnitt auch weiter. Also wir haben uns mit jeder Sequenz, mit jeder Änderung eigentlich immer überrascht lassen und es auf uns zukommen lassen. Ich habe jetzt ja im Film auch gesehen, es ist scheinbar eine sehr gute Stimmung gewesen. Man sieht ja auch so Teile, making of, wie ist dieser Film entstanden, also Backstage und wie die Leute erzählen über diese Produktion. Das heißt, es ist so eine Mischung zwischen Konzert, aber auch wie ist das entstanden, dieser Konzertfilm. Richtig, das war auch wichtig. Also ich glaube, das Wichtigste war auch, dass man sich als zu sehr fühlt, dass wäre man irgendwie mittendrin. Also du tauchst nach kurzer Zeit ein und bist Teil dieser Gruppe. Ich glaube, das kommt auch schön rüber. Genau, also das war meine Idee von Anfang an, dass man das Publikum mitten in den Klang hinein holt und ihm das Gefühl gibt, als wäre er mitten unter uns. Weil für mich ist immer das Schönste gewesen, wenn ich eingehüllt bin von dem Klang. Also ich habe ja oft das Privileg gehabt, dass ich mitten im Orchester stehe oder mitten im Chor, vom Chorklang umhüllt werde. Und das ist so ein starkes körperliches Gefühl auch. Also da rinnt einem ja die runter und es ist wie Gänsehaut. Also das ist so ein extrem starkes körperliches Gefühl auch. Und ich wollte einen Ansatz davon dem Zuschauer dieses Films auch andeuten oder mitgeben oder so. Und das war von Anfang an, das wussten wir, das war vielleicht das einzige Konzept, das wir hatten. Dass wir möglichst, dass ich wollte, dass die Kamera möglichst nah dran ist an uns. Dass der Zuseher teil wird von uns. Dass er das Gefühl kriegt, der ist jetzt unser Hapschi oder so irgendwas. Also in die Richtung. Und deswegen haben wir uns umgedreht auch. Wir wollen nicht gegen die Wand filmen. Wir nehmen diese Weite des Raumes in Riding, das nehmen wir jetzt einfach dazu. Und man ist nicht nur als Zuhörer oder Zuseher da mittendrin, sondern du interagierst ja. Du interagierst ja. Also wenn man sich die Mimiken anschaut von den Musikern, wie die sich selber freuen und sich zulachen. Und das, da ist man mittendrin. Da, da ist man dabei. Also nicht nur akustisch und man sitzt da und hört zu. Nein, nein, man ist richtig Teil davon. Frau Kuhlmann, Sie haben ganz spezielle Musiker und Musikerinnen ausgewählt. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich merke es mir nicht, weil das wäre mir jetzt ein wenig zu viel gewesen. Über Joe Theising haben wir schon gesprochen. Dann war dabei Eduard Kutrowatz, Maria Reiter, Gerald Breinfalk, Herbert Mayer, Franz Bartholomé, Clara Schweiger, Aljoscha Bitz. Das waren sie. Das waren sie, glaube ich, ja. Wie haben Sie diese Musiker und Musikerinnen gefunden? Begonnen hat das Projekt im Jahr 2016 als Idee von Joe Theising und mir. Also es war immer mein großer Wunsch, dass ich endlich mal mein eigenes Soloprogramm mache mit meinen ureigenen Ideen. Und mit dem Joe verbindet mich eine lange Zusammenarbeit. Und ich wusste, wenn das jemand arrangieren kann und mir dabei helfen kann, dann ist das der Joe. Und mit ihm gemeinsam habe ich einerseits das Programm überlegt, andererseits überlegt, welche Instrumente, das war der erste Schritt, welche Instrumente möchte ich um mich herum spüren, welche Instrumente können am besten ausdrücken, was ich sagen möchte. Oder die Musik am besten rüberbringen, die wir uns ausgesucht haben, weil es gibt ja viel klassische Musik und es gibt auch Popmusik und Jazzmusik und viel dazwischen, Chanson und so weiter. Also das müssen Instrumente einerseits sein, die das vermitteln können und natürlich Musiker, die unsere Ideen verwirklichen können. Und auch damals, 2016, wie ein Wunder, alle unsere Musikerwünsche, die wir gemeinsam besprochen haben, hatten sofort Zeit und Lust. Also das war wirklich wie, wenn alles in den Schoß einfach fällt, ohne Anstrengung und das ist überhaupt der beste Tipp fürs Leben, einfach warten, bis einem alles in den Schoß fällt. Dann kann nichts schief gehen und nichts krampfhaft festhalten oder nichts krampfhaft erzwingen wollen. Also mein Konzept ist so, zu warten, bis einfach alles Ja sagt und es hat alles Ja gesagt. Jeder einzelne Musiker, den ich angefragt habe, hat sofort Ja gesagt. Die kommen eben aus verschiedenen Genres. Aljoscha Bitz ist zum Beispiel ein fantastischer Klezmermusiker. Er hat jüdische Wurzeln und bringt einen ganz eigenen Ton rein. Dann hatte ich zwei Philharmoniker, den Solokontrapassisten Herbert Mayer und den gerade leider verstorbenen Franz Bartholomé, der dieses Projekt großartig bereichert hat und natürlich eine philharmonische Expertise hier hereingebracht hat, Sondergleichen und ganz viel Herz auch. Also wir sind noch ziemlich in Trauer über diesen überraschenden Tod. Aber der Film ist auch eine wundervolle Hommage an ihn und er gibt sehr viele Weisheiten und sein großes Herz da in diesen Film hinein. Das ist sehr, sehr berührend und allen Fans von Franz Bartholomé, glaube ich, ist es auch ein schönes Andenken, dieser Film an Franz Bartholomé. Und dann habe ich den Gerald Preinfolk, der ein fantastischer Jazzmusiker ist und natürlich mein wunderbarer Liedpartner in Crime, mit dem ich ganz viele Liederabende auch in Riding gemacht habe, der Intendant des List-Festivals Eduard Kutrowatz. Also es war mir ganz wichtig, dass er dabei ist. Also ich hatte wirklich die Besten von den Besten und das ist auch diese Harmonie, die überraschend ist, weil wenn man so viele verschiedene Genres zusammenwürfelt, dann kann man ja gar nicht davon ausgehen, dass das jetzt plötzlich so harmonisch ist. Und das war irgendwie dieser Zauber dieser Bühnenshow und das spiegelt sich auch in dem Film wieder. Dieser Zauber dieser Musiker, ich glaube, Sie bezeichnen diese Musiker nicht als Ensemble, sondern Sie haben einen ganz eigenen Namen. Ja, wir haben ja, also von den Veranstaltungen kam immer der Wunsch, ja wie heißt denn jetzt dieses Ensemble? Und uns ist kein richtiger guter Name eingefallen und ich habe dann immer nur so spontan bei der Bühnenmoderation einfach immer nur gesagt, das ist die beste Band der Welt, weil ich mir keine besseren Musiker vorstellen kann. Und so ist es über die vielen Jahre einfach geblieben und es ist und bleibt die beste Band der Welt. Herr Lappers, hatten Sie jetzt auch den Eindruck, dass das die beste Band ist, mit der Sie je zusammengearbeitet haben? Eigentlich ja. Ja, schon durchaus. Ja, na schon, weil den Tod von Franz Bartholomé angesprochen hat. Also das war auch diese kurze, intensive Zeit mit ihm und die Gespräche, die wir dort hatten. Und das war jetzt wirklich, als hätte ich einen langjährigen Freund verloren, den ich ewig schon kenne. Bei aller Trauer, weil die Veröffentlichung des Films ist ja gerade mit seinem Tod zusammengefallen, aber ich glaube, es ist ihm auch etwas Würdiges geblieben oder von ihm etwas Würdiges zurückgeblieben und die Freude darüber, dass er auch mitgespielt hat, glaube ich, überwiegt jetzt doch irgendwie die Trauer oder hilft sie zu lindern. Ja, unbedingt. Also ich glaube, es ist wirklich ein wunderschönes Vermächtnis auch von ihm. Es ist sehr berührend und ich meine, man merkt unsere Sprachlosigkeit, also wir sind noch ergriffen, aber der Film ist wirklich ein wunderschönes Dokument, auch für ihn, für mich, für ihn, für das ganze Projekt und zur Freude. Für alle eigentlich, ja. Ja. Was ist das jetzt für ein Gefühl, wenn ihr euch diesen Film jetzt anseht? Er ist fertig geschnitten, er ist da, die DVD ist da, man kann sie in die Hand nehmen, man kann sie einlegen, man kann sich das ganze Werk jetzt ansehen. Nein, ein befreiendes, schönes Gefühl, vor allem die, also nicht nur, wenn wir das selbst jetzt ansehen, aber diese Freude, wenn man dann schon beobachtet, den einen oder anderen, wenn er sich das anschaut und was da für Feedback schon kommt und das ist einfach wunderschön. Vor allem du spürst alles, was du da hineingearbeitet hast, die letzten drei Jahre, kommt jetzt komprimiert im Kleinen überall zurück. Also man hat ja keine Erwartungshaltung, aber es macht einfach Freude und es macht Spaß. Es ist schön, es ist ein geborenes Kind, kann man sagen eigentlich. Dieses Kind ist ja ein sehr spannendes Kind. Es ist ja nicht nur Klassik, sondern ihr wandert durch die verschiedensten Genres der Musik. War Ihnen das wichtig, Frau Kuhlmann, dass Sie eben aufgrund des Programms schon von der Bühne diese Genres einfach so lieben, weil Sie sagen, ich bin nicht nur in diesem Genre zu Hause, in der Klassik? Genau. Mir war es ja immer wichtig, schon als klassische Sängerin über den Tellerrand zu schauen. Mir war die klassische Oper, das Lied, das Konzert, das war mir immer viel zu wenig. Ich war immer neugierig. Ich hatte einen großen Freundeskreis, zum Beispiel im Jazzbereich oder auch in der Popmusik. Also ich habe mich immer dafür interessiert. Als junges Mädchen wollte ich ja um keinen Preis Klassik studieren. Ich wollte Musicalsängerin werden oder Jazz habe ich eine Zeit lang studiert. Also ich habe mich immer für das Drüber-Hinausschauen interessiert. Das ist mir bis heute geblieben und wird sicher auch immer so bleiben. Das ist das Spannende. Und diesen Wunsch wollte ich mir mit diesem Programm eben erfüllen und habe mir meine Lieblingsstücke ausgesucht, auch Opernrollen, die ich auf der Bühne gar nicht singen kann, weil sie nicht zu mir gehören, zu meinem Fach gehören, zum Beispiel sogar einen männlichen Torero aus der Carmen zu singen. Das gehört ja nicht in das Repertoire einer Frau, aber ich nehme mir die Freiheit und mache das einfach. Oder die Marschallin aus dem Rosenkavalier ist jetzt auch nicht mein Fach. Und wir haben das einfach dann so mir zurechtgeschneidert und dann kombiniert mit Popmusik oder mit einer Nummer von den Beatles oder Michael Jackson oder aus Jesus Christ Superstar oder dann ein Gretchen am Spinnrade von Schubert dazwischen. Und ich habe mir da meine eigene Geschichte dann auch dazu erzählt. Und der Joe Tysing hat das wundervoll gebracht, das so zu kombinieren, dass man das Gefühl hat, und das Feedback haben wir immer bekommen, als wäre es immer schon so geschrieben gewesen. Also es ist so aus einem Guss, dass man den Wechsel der Genres als so natürlich plötzlich empfindet. Und das ist, glaube ich, auch so einer der Aspekte, warum dieses Programm so erfolgreich war, weil die Leute das geliebt haben. Die sind mitgegangen mit diesem Flow. Und wir Musiker, wir lieben auch jede Note davon, wenn es anfängt mit der Dalila aus Sanson et Dalila. Ja, die Aria, die macht schon so viel Atem auf, so viel Weite und endet dann mit der Piaf. Non, je ne regrette rien. Also ich bereue nichts. Also es wird ein riesiger Bogen gespannt mit viel Humor auch dazwischen. Und das hat der Nikolaus auch wunderbar in den Film übersetzt. Also es kommen ganz viele Gefühle vor, von tief traurig bis heiter und lustig und Augenzwinkern, dann wieder zu Tode betrübt. Also diese Abenteuerreise durch die Gefühle, das war irgendwie so mein Ansinnen, weil ich bin selbst so reich an Gefühlen oder an Extremen. Ich meine, ich liebe es, sie auszuloten auf der Bühne und in meinem Leben habe ich auch ziemlich viel erlebt. Also dieses Programm La Femme Semore ist ein Spiegel dessen. Herr Lapas, haben Sie das Gefühl auch aufnehmen können, dass Sie sagen, weil Sie kommen ja auch aus der klassischen Musik ursprünglich und dass Sie aber verstanden haben, was Elisabeth Kuhlmann möchte, dass man diese Genres nicht so starr immer abgrenzt, sondern dass Musik ist einfach alles, Hauptsache es ist Musik. Ja, also ich bin ja drei Jahre lang eingetaucht in diese Welt. Für mich war das von vorne bis zum Schluss ein wirklich harmonischer Faden, den ich auch nie hinterfragt habe jetzt oder so. Mich hat es begeistert. Also ich fand das selber sehr harmonisch und dann kann ich natürlich auch gut damit arbeiten. Und jetzt sind wir schon bei diesen verschiedenen Musikgenres gelandet. Frau Kuhlmann, Sie haben einen zweiten Wunsch angekündigt, einen Musikwunsch. Was steht jetzt auf Ihrer Liste? Miss Otis Regrets, gesungen von Ella Fitzgerald. Das ist eine Nummer von Cole Porter. Und wir haben in La Femme C'est Moi diese Nummer kombiniert mit dem Schleiertanz von vorher und noch mit dem Rezitativ der Eboli aus Don Carlos von Giuseppe Verdi. Daraus ist eine Nummer entstanden, Miss Saléboli. Also ein vermurkster Titel aus drei Rollen. Das ist ein Beispiel, wie man die Genres wirklich vermischen kann. Und das ist dem Joe Tysing meisterhaft gelungen, da einen Bogen zu spannen, sodass man das Gefühl hat, das ist eine eigenständige Nummer. Das kann man gar nicht anders spielen, das kann man gar nicht anders singen. Das muss so sein. Ja, wer es hören will, kann sich selbst davon überzeugen. Sie haben eine wunderschöne Karriere hinter sich. Ich sage jetzt hinter sich, das klingt seltsam, aber es ist so. Sie haben alles erreicht vielleicht, was man sich wünschen, erträumen kann. Sie sind auf den Bühnen der Welt gestanden von der Metropolitan. Nein, dort war ich nicht. Ich hätte hin sollen, aber dort bin ich nicht mehr hingegangen. Das habe ich dann nicht mehr gemacht. Das war dann schon der Punkt, wo Sie gesagt haben, ich drehe mich nicht mehr auf. Es ist recht, ja. Es ist genug. Ich muss nicht alles abklappern. Ich habe genug erlebt. Für mich war es wichtig, dass ich mit tollen Orchestern, mit tollen Dirigenten arbeite. Ich hatte wirklich wunderbare Begegnungen mit Nikolaus Anonkur, hat mich eine enge Zusammenarbeit verbunden. Ich habe viele Impulse aufnehmen dürfen und das reicht mehr für mindestens zwei, drei Leben, als was ich erlebt habe. Und dafür sage ich auch Danke. Es war toll. Es war eine tolle Karriere. Und die haben Sie dann, also Sie haben dann nicht mehr in Opernaufführungen, Opernproduktionen gesungen, haben dann Ihre Liederabende gegeben. Und dann vor zwei Jahren Ihr Abschiedskonzert, Ihr Abschied von der Bühne. Vermissen Sie jetzt die Bühne? Nein. Ich habe sie lang genug gehabt und habe das damals genossen. Es war damals der richtige Zeitpunkt für die Bühne. Und jetzt beginnt ein anderer Lebensabschnitt oder hat begonnen. Und der erfüllt mich mindestens genauso. Und das fühlt sich jetzt für mich richtig an. Und da in diese Richtung gehe ich weiter. Sie haben ja jetzt eine große Erfahrung mit den Nikolaus Lappers gemacht, eine Filmerfahrung. Kann man sagen, Elisabeth Kuhlmann wird vielleicht in die Welt des Filmemachens eintauchen? Ja, wir haben Lust bekommen. Wir haben so harmonisch zusammengearbeitet, dass wir uns durchaus vorstellen können, weitere Ideen zu entwickeln. Ich meine, das Baby La Femme Semore ist jetzt mal geboren. Das braucht jetzt mal ein bisschen Zeit, um in die Welt hinauszugehen. Und wir brauchen ein bisschen eine Erholungsphase nach diesen drei intensiven Jahren. Aber wir können uns durchaus vorstellen. Nikolaus? Ja, es gibt viele Ideen und es gibt auch viele Botschaften, die hinausgesendet werden wollen in diese Welt, würde ich sagen. Musikalischer Art oder ganz anderer Art? Nicht nur musikalischer Art. Botschaften, die können ja alles Mögliche sein. Das ist Musik, das sind Dinge, die einem aus dem Herzen herauskommen. Und wir sind da eigentlich voller Ideen. Jetzt brauchen wir ein bisschen eine Erholungsphase natürlich nach dem Film. Aber haben wir vor, ja. Durchaus. Ich bin schon sehr neugierig auf alle nächsten gemeinsamen Projekte. Ich frage euch da sicher irgendeiniger. In einiger Zeit frage ich euch sicher wieder, was ist los? Was tut ihr jetzt gerade? Ich bin schon neugierig. Wenn ihr mich nicht mehr verraten könnt noch, weil ihr selber noch bei der Ideenfindung seid. Aber wie ist das so eine Zusammenarbeit mit einem Filmemacher, beziehungsweise die Zusammenarbeit mit einer so einer tollen Sängerin? Du zuerst. Na toll. Sie ist so interessiert auch. Also es ist ja nicht nur in ihrem Gesang. Sie interessiert sich auch so unglaublich für das Filmen, für das Schneiden, für das Kreative und umgekehrt ja auch. Und dadurch ist die Zusammenarbeit einfach super schön und sehr harmonisch bei uns. Was für mich so wichtig war, ist, dass ein Filmemacher musikalisch ist. Das ist ja eigentlich die Grundvoraussetzung, aber das ist ja eine Seltenheit. Also dass jemand wirklich so ein geniales, muss ich sagen, Gespür dafür hat, für das Timing, für die richtigen Schnitte zum richtigen Zeitpunkt. Dann natürlich die ganze Synchronisation ist ja noch ein extra Punkt, der sehr aufwendig ist und sehr kompliziert. Wirklich, dass der Finger des Cellisten zum richtigen Zeitpunkt auf der Seite, wenn der Toner klingt und so weiter. Das ist ja alles nicht so easy. Also das macht er meisterhaft, weil er natürlich auch viel Erfahrung hat. Nikolas arbeitet viel für Orchester und das ist natürlich eine tolle Voraussetzung. Aber das heißt ja nicht, dass er die Bilder, die ich im Kopf habe, übersetzen kann oder aufnehmen kann und dann noch was dazugeben kann aus seiner Expertise. Und das fasziniert mich so. Und das macht ihn für mich auch herausstechend aus allen anderen Filmemachern, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe. Also sowas wie ihn habe ich in dieser Form noch nicht erlebt und das ist natürlich ein unglaubliches Potenzial, was da noch brodelt. Ich habe jetzt gelesen, Herr Lappers, Sie haben ja schon in der Schule mit dem Fotografieren begonnen und dann war irgendwann der Film kam. Das heißt, das ist ein Medium, das Sie sehr fasziniert hat, schon von früh an. Sind Sie ein Mensch, der in Bildern denkt, wenn Sie etwas hören, man erzählt Ihnen irgendetwas, dass Sie das dann gleich in Bilder umsetzen? Ja und nein. Also bei mir spielt schon sehr schnell ein Film zu jedem Gefühl, zu jedem Thema. Und ich habe tatsächlich relativ früh schon immer dieses Bedürfnis gehabt, man erzählt ja seinen Freunden irgendwelche Dinge oder man will sich mitteilen. Und bei mir war das immer so, ich habe das immer sehr gern in Bildern oder in Musik erzählt. Und die Kombination aus beiden ist natürlich kongenial. Also man hat Bilder, man hat Musik, man kann die Emotion auf den Punkt bringen eigentlich. Und das hat mich immer fasziniert, das war mit Fotos, also ich habe schon relativ früh Fotos gemacht, Fotos selber entwickelt, also so wie ich das dann haben wollte am Schluss. Und mit dem Film, da bin ich auch schon mit 15 durch Athen gelaufen und habe dann meinen Eltern Eindrücke mitgebracht, aber eben schon mit Musik und mit Interviews. Also es war immer, ich weiß nicht, ob man damit, man wirft ja einem auch vor, dass man die Leute ein bisschen manipulieren möchte, auch mit der Emotion. Ja, vielleicht, ja, ist ja nicht schlecht, wenn man mal jemanden zum Weinen bringt. Die Menschen brauchen das, glaube ich, auch. Gefühle sind, glaube ich, in der heutigen Zeit überhaupt etwas ganz Wichtiges. Und ich glaube, bei dem Projekt, bei dem Filmprojekt, habt ihr sehr viel Herzblut, sehr viel Emotion und sehr viel Gefühl auch zeigen müssen. Alle mitsamt, glaube ich. Ja, na, Gefühle sind ganz wichtig. Die muss man pflegen. Das wird gerade in Zeiten wie diesen, das ist immer wichtiger, glaube ich, dass man sich besinnt eigentlich, dass man irgendwie geerdet bleibt. Dass man eigentlich sich besinnt, wer man eigentlich ist und um was es eigentlich geht im Leben. Jetzt frage ich Sie, wer sind Sie, Herr Lapas? Wer ich bin? Ja, weil Sie sagen, man muss wissen, wer man ist. Ich bin der, der sich wohlfühlt mit dem, was ich tue. Das ist schön, ja. Sehr zufrieden und glücklich damit. Ja, absolut. Frau Kuhlmann, wer sind Sie, abseits jetzt der großen Sängerin, die jetzt ein neues Projekt gemacht hat? Ich bin ein Geist, der sich durch seinen Körper spüren will. Das ist jetzt ein bisschen spirituell ausgedrückt. Aber im Prinzip ist es so, dass wir geistige Wesen sind, die auf dieser Erde sind, um sich in ihrem vollen Potenzial auszudrücken. Und da bin ich dabei. Das habe ich als Sängerin gemacht. Das mache ich in meinem neuen Lebensabschnitt. Und ich glaube, man will die anderen auch ein bisschen anstecken damit, oder? Vielleicht, ja. Sie haben ja auch gesagt, Sie wollten sich wieder selbst spüren. Deshalb war der Abgang von der Bühne notwendig, weil Sie eigentlich sich selbst kaputt gemacht hätten, fast in einer gewissen Art und Weise. Also wenn ich so weitergemacht hätte, dann wäre das passiert. Also ich bin zum richtigen Zeitpunkt, habe ich den Abgang gemacht, weil ich habe gespürt, und diese Grenze überschreiten, glaube ich, zu viele Menschen. Dass sie den Zeitpunkt verpassen, wo es zu viel wird. Ich weiß es nur aus meinem Leben. Es ist dann, man braucht Mut. Man braucht richtig Mut, um einen Abschluss zu machen und etwas Neues zu wagen, wo man vielleicht auch gar nicht weiß, was das ist. Aber man wird so belohnt mit so einer Leichtigkeit. Der ganze schwere Ballast ist plötzlich weg. Und das ist unglaublich beflügelnd. Also dann kann man erst so richtig abheben. Ich habe das Gefühl, ihr beide seid angekommen in eurer Mitte und ihr seid sehr glückliche Menschen, was ich sehr schön finde. Was wünscht ihr euch jetzt für den Film, für die Zukunft? Weil wir stehen jetzt so gerade Anfang 2024. Ich möchte, dass die Menschen, die sich den Film anschauen, auch was mitnehmen. Ich weiß nicht, ob jeder sich hineinfallen lassen kann in den Film, aber ich denke schon. Jeder Mensch hat Gefühle, jeder Mensch hat Emotionen. Sind ja nicht alle ganz empathielos, so wie unsere Politiker zum Beispiel. Entschuldigung. Die müssen das aushalten, glaube ich. Aber ich glaube, selbst für die wäre das was Lehrreiches, wenn sie mich fragen. Ja, mehr Musik in die Welt, mehr Emotionen, mehr Mitgefühl, mehr Freude, mehr Hoffnung, mehr Freundschaft. Wie du halt auch gesagt hast, keine Deadlines mehr. Man will einfach keine Deadlines mehr einhalten müssen. Ja, wir haben ja diesen Film wirklich über drei Jahre gestaltet und wir haben uns gesagt, wir lassen uns nicht unter Druck setzen. Wir wollen, dass der Film so wird, wie wir ihn wollen. Es redet uns auch niemand drein. Und dann kann das mal drei Jahre dauern, aber dafür ist es dann so, wie wir das haben wollen und ist wirklich unser persönlicher Selbstausdruck. Und das ist das größte Geschenk, was wir geben können. Ja, keine Deadlines mehr. Keine Deadlines mehr, aber ich wünsche bei euch beiden viel Erfolg, sowohl privat als auch mit dem Film La Femme C'est Moi und toi, toi, toi. Und Dankeschön, dass ihr zu mir ins Studio gekommen seid. Dankeschön für die Einladung. Wir danken. Dankeschön.